Servus zusammen! Ich bin heute auf dem Weg nach Hoichioba. Da haben wir jetzt an dem verlängerten Pfingstwochenende noch ein WM-Trainingslager. Wir wollen einfach ein bisschen zusammen pflegen und uns auf die WM, auf die Union-WM, die in drei, acht Wochen in Litauen ist, nochmal vorbereiten. In Nordjura bin ich noch nicht geflogen. Das ist mein erstes Mal, dass ich hier bin. Die Landschaft sieht ja ganz schön aus. Das ist ein bisschen abwechslungsreicher oder anders als mein Heimatgebiet, die Schwäbische Alb und so weiter. Das Wetter sieht aber jetzt für die nächsten Tage nicht so gut aus. Morgen ist ein super Tag, ein ziemlich guter Tag in Süddeutschland. Also vom Stillberghof aus könnte man wahrscheinlich nochmal ein 700 Kilometer Dreieck fliegen. Aber man kann sich das halt nicht immer aussuchen, wo man hinfährt und wie das Wetter ist. Wir hoffen, dass die morgen schöne Flüge machen im Süden und dass wir zumindest fliegen können und Spaß haben. bis dahinter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Dann können wir mal an. Dann können wir uns mal aus. Bye. тов Kaffee Marke Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Viele Optionen haben wir ja jetzt nicht, oder? Bitte? Wir haben keine großen Alternativen, als hier das noch weiter zu probieren, oder? Nö, nö. Wir müssen schon hierbleiben, oder? Ja, so sehe ich es auch. Irgendwie habe ich schon auch gehofft, dass es mal besser wird. Oh, ist ja auch ganz schön, die haben 300 Meter. Da ist auf jeden Fall eine Möfe hier mit dabei. Ja. Aber die kurbelt uns aus. Ja. 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 Ja.